Das war eine Tragödie. Alter, ist das schön. Den holen wir uns gleich so. Und dann holen wir uns die restlichen Söldner. Normalerweise ist hier auch einer in der Nähe. Zuerst holen wir uns heimlich diesen Typ. Hoffentlich geht das heimlich. Ich bin meistens zu blöd dafür. Hier unten ist er, okay. Ist das wert? Das wir sterben. Okay, meine Kräfte. Das ist sehr wohl. Was bin ich? Okay. Ah. Und stirbt doch endlich. Wartenswittwig. Hey, er ist ja schön tot. Aber sein Mitglied leider noch nicht. Selbst tot. Ja, bitte. Ja, tot bestätigen. Wir wollen nicht eher, bis ihr vernichtet seid. Fest abgeschlossen. Von Toten abstehen. Hm, und jetzt haben wir eigentlich nicht einmal so wenig Kuchte gekriegt. Hm. Jetzt schaue ich noch schnell auf der Map. Ob wir noch hier... Wahrscheinlich den letzten bekommen wir. Haben wir sonst noch... Ja. Okay, ich glaube, den letzten bekommen wir, wenn wir... ...die drei Söldner getötet haben. Ich habe ja schon einen getötet. Also brauchen wir jetzt Nummer zwei. Und ich will die neue Waffe, was ich hier habe, von diesem Söldner, von diesem Gebiet... Ach, leckt mich doch. Lasst mich doch in Ruhe. Ach, wisst du was? Das bisschen Kopfgeld, was ich hier habe. Ist ja nicht der Rede wert. Aber den werde ich jetzt heimlich killen. Werde ich's wirklich heimlich killen? Das war ein Stück jeder. Kann ich den heimlich killen? Ja, das ist ja. Ach, so Zufall, dass er mir diese Quest jetzt vorschlägt. So ein Zufall. Ja, das ist ja. Ah, die Waffe ist so richtig. Ich geb das einfach, weil nämlich der normale Schaden ist Giftschaden, das ist so geil. Wenn der mich erwischt, ist das schon... Nein, 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 helfen ist nicht gut, helfen ist nicht gut. Okay, jetzt hat er mich gekillt mit einem Schuss. Ach Gott, läuft momentan nicht ganz so gut. Oh, Source. Ab. Beim nächsten Level ab werde ich sowieso Heilung hochleveln auf 3. Ja. Ah ja, jetzt muss ich wieder zurück zu dem netten Herrn, wo auch immer der es jetzt ist. Danke. Aber diesmal komme ich von der anderen Seite, weil jetzt weiß ich wenigstens wie er steht. Heidu. Ich kenne mich auch noch nicht mal. Ja, was ist mit dem... Ja, ja, nur... Wisst ihr was? Immer müsst ihr euch immer einmischen in Angelegenheiten, die euch nichts angehen. Ja. Ja, wisst ihr was? Ja. 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 Danke für dein Schild. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, in die Ecke kannst du mich kämpfen, sonst kannst du nicht. Ja. Nein, der macht dir keine Schaden. Ah. Okay. Mal kurz gucken. Hm. Auch schon wieder ein Surf, natürlich. Okay. Danke für das Kaffeekränzchen, aber ich muss hier jetzt weiter. Ach so. Ich mag euch eigentlich, dieser, soll er wegkriegen. Okay. Ah, dich will ich ja töten. Ah, Feuer. Feuer ist deine Schwachheit. Ist Feuer deine Schwäche, mein Freund? Es geht besser, mein So- Ja, leck mich doch. Aha, Update. Gut, dann gehen wir gleich hier rein. Geht doch einfach sterben. Geht doch einfach sterben, das wäre, da wäre ich dir sehr verbunden. Danke. Das übersehe ich immer. Einfach sterben, bitte. Hast du irgendwas zu melden? Okay. Fest abgeschlossen, jetzt müssen wir noch. Ach, wir haben eh noch genug Zeit. Massenhaft Zeit haben wir sogar. Vielen Dank, Marker. Hol dir den von an die des verstecktes Schatz. Okay. Ach so. Aufнуken. Ach so. Interessiert mich nicht einmal. Der hat einen Rang. Ja. Ich will die Nummer 1 werden, weil da kriegt man ein cooles Pferd. Das ist immer ganz wichtig. Wo bin ich da eigentlich in der Rangliste? Hier. Ja, die vor mir kennen ich ja alle fast. Das ist ja toll. Das ist super. Das ist sogar sehr... Das wollen wir mal. Das gefällt mir. Ja. Mann, dann ist es Müllers Lust so in die Richtung halt. Der jetzt Bein hat auf der anderen Seite. Danke. Einfach mal so zum Spaß. Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Wo ist mein nächster Söldner? Ja, ja. Leck. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Ich gehe auf einer kleinen Insel. Ah, cool. Vielleicht finden wir dann heraus, wer die letzte Kurdistin ist. Den Schatz hole ich mir auch noch. Vielleicht sogar in diesem Part noch. Weil dann können wir im nächsten Part endlich den Jäger töten. Dieses kleine, blöde. Hm, 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 hm. Wollt Arschloch sagen, aber das sagt man doch nicht. Ich gehe auf einer kleinen Insel. Ich gehe auf einer kleinen Insel. Ich gehe auf einer kleinen Insel. Mein ewig Freund. der mutkatz da hat ein katzchen ja das stimmt sogar was ich kann nicht gewinnen bist du dir sicher kärzchen Ich lehrte dich, du Kämpf! Was für dich! Ich lehrte mich selbst! Nein! Komm zurück! Kann ich bitte deinen Spielkampf? Danke! Ich wäre dir verbunden, wenn du mir das geben würdest! Stimmt doch einfach! Alter! Das heißt wenigstens, deine Katze nicht mehr wird das nervt immer am meisten! Ah! Was ist mit dir? Ich suche jetzt diese unflätige, alte Dame und hole mir meinen Becher rein! Hä? Machen wir? Das mache ich sogar gerne! Äh... Wo ist die alte? Quest... Ich möchte bitte meine Belohnung für diese Umstände haben! Mh... Mh... Ja! Okay! Okay, doch! Dann wieder hier! Gehen wir mal dorthin, wo wir... Ja! Und jetzt machen wir mal... Ja! 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 Oh, dann suche ich ihn. Neue Quest. Prost. Prost, genau. Ich glaube, wir waren dort eine alte Dame. Ja. Hoffentlich weißt sie irgendwas von einem Kolokisten. Oder vielleicht ist sie ja selbst der Protest. Das kann natürlich auch. Ihr alte Dame. Was ist passiert? Ein paar Soldaten sind aufgetaucht und haben auf sie eingestochen. Sie murmelte etwas davon. Sie würde nicht zulassen, dass man ihr die Aussicht ruiniert. Der Wein ist für mich. Der Wein ist für dich. Die Aussicht ist wirklich schön. Du kannst dich nicht verstecken. Ich komme dich holen. Ich ziehe das. Genickbrecher. Oh, das ist ein netter. Jetzt töten wir den noch schnell, weil er hat diese alte Dame getötet. Wahrscheinlich wegen meinen Taten, dass ich alle getötet habe. Also habe ich eigentlich die Verantwortung dafür, dass sie gestorben ist. Und das lasse ich nicht auf mich sitzen. Der wird dafür bluten. Wo ist der alte Sack? Da war ich ja schon mal. Gecksau. Das ist der gleiche. Dann lache ich aber. Was hat die alte Dame dich getan? Was hat sie dir getan? Danke. Du wirst jetzt einfach sterben. Oh, Rampeln. Ja, das könnt ihr selten alle so gut. Aber ihr sterben könnt ihr auch gut. Das ist das Schöne. Das ist für die alte Dame hier. Festbrust abgeschlossen. Okay. Best abgeschlossen die Kugelreins anschalten. So. Okay. Was ist das jetzt? Jetzt sind alle noch zu hoch für mich. Jetzt möchte ich mir diesen... Wie spielt das? Ja, genau. Geht sich sogar auch noch aus. Wie gesagt. Ähm. Ja, 22. Die spielen ja. Wo ist da Schatz versteckt? Hä? Dankesagung enthält Hinweise zum Standort des Schatzes. Okay. Die Dankesagung. Die Dankesagung. Die Dankesagung. Ja. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Höhle der von... dem vom Ayantias versteckten Schatz. Okay. Wo ist die? Genau. Oh, wie schön. Seht euch das an. Jetzt müssen wir nur darüber und dann haben wir sie... Vielleicht beenden wir heute frühzeitig mal, wenn wir nichts mehr zu tun haben. Aber in Assassin's Creed Odyssey hat man immer was zu tun. Bin ich der Meinung. Ähm, ja, was könnte ich noch sagen? Wenn ich die 100 Abonnenten habe, habe ich mir gedacht, dass ich einen Greenstream mir besorge und... Ja. Richtige Beleuchtung und alles, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik, weil so viele Abonnenten habe ich jetzt noch nicht. Mir fehlen fast noch 40. Nein, 33, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also das ist schon noch eine größere Anzahl. Aber sehen wir mal, wann wir das erreichen. Ich hoffe bald. In zwei, drei Monaten. Wäre cool. Wäre cool. Momentan kriege ich vier Abonnenten in 28 Tagen. Ja. Werden wir dann eh sehen. Ich freue mich jedenfalls über jeden Support von euch und ich würde mich echt freuen, wenn... Wenn irgendwie etwas neu auf meinem Kanal abonnieren würde, dass ihr nichts mehr zum Thema Platin Runs und... Ja, gewisse Guides mache ich auch. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr ein bisschen Support mir gebt in Form eines Abos. Ja. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Da würde ich mich echt freuen, weil ich mache... Zwei Videos am Tag normal momentan. Schauen wir mal, wie es wieder aussieht, wenn ich arbeiten gehe. Ah, das ist bei mir ziemlich verschieden. Sagen wir mal's. Ah, Kuschelbär. Okay. Die waren auch schon mal schwerer. Aber da gibt es wenigstens, ähm... Richtig viel Fälle. Was soll das? Äh. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ja, ja, Kassandra, macht wir schon. So wie immer halt. Oh. Jetzt kriege ich noch mal ein Deltopäer, oder? Äh, hallo? Was ist mit euch? Kann wir i? Bitte sehr. Ja, ich kann dir nicht genug danken. Ja. Gut. Aber ich schau mal zu den Kultisten wieder. Äh, Gift aus Potaitia ist auch im Aristens Militärlager in Mekadonien zu finden. Militärlager. Aristias. Aristias. Aristias Militärlager. Das möchte ich jetzt wirklich mal... Okay. Okay. Okay, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Mal kurz gucken. Ja. Bisschen viel zu tun. Ähm. Moment. Reisen wir daher, dass es ein bisschen schneller geht. Das beenden wir jetzt noch und dann beende ich den Bad. Und ich glaube, ich beende meine Aufnahme-Session auch, weil jetzt nehme ich schon ein paar Stunden auf und... Ja. Ja. Morgen dann wieder. Nö. Diesmal hüpfe ich hier nicht runter, meine liebe Kassandra. Ja. Au. Das hat sich hier wehgetan. weitergeht. ich möchte sie wirklich wissen was das jetzt soll vielleicht kriegen wir hier ja die informationen die was wir sorry ich habe keine zeit moment wo renne ich jetzt gerade hin das ist nicht der jäger weil der jäger geht mir richtig auf die auf die punkt die punkt die punkt die hey warte mal was soll das hier waren wir doch schon mal das finden wir hier schon wieder mal locker findet die von ajan diaz versteckte schätze ok das werden wir aber beim nächsten mal machen und ich sag eigentlich jetzt nur mal danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal tschau